Was ist zögerlich? Ich krieg wahrscheinlich die Türen nicht auf, ohne sie da einzuloggen. Okay, was ist hier der tiefere Sinn? Arche mit Signalgeber vorbereiten. Akkus, Werkzeuge, FST-Kit, zusätzlicher Sauerstoff, P2-Genehmigung. Die Leute, die für die Arche zuständig waren wahrscheinlich. Erstens, Shuttle nach Omikron nehmen. Zweitens, HKA anziehen, mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren. Drittens, Tau überprüfen, lebt noch jemand? Viertens, Tunnel nach Vieh öffnen, Arche starten. Heimatzukampfanzüge, ordnungsgemäße Benutzung, für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kollegen. Erstens, legen Sie den Neoprenunterzieher und Körperharness an. Zweitens, prüfen Sie den HKA auf jegliche optische Schäden. Drittens, befestigen Sie nun alle Teile an Ihrem Harness. Erstens, beginnen Sie mit den Beinen und arbeiten Sie sich nach oben vor, wobei Sie alle Teile ineinander einrasten. Lassen Sie sich beim Rückenteil und beim Oberkörper von einem Kollegen helfen. Viertens, drücken Sie auf die Schaltfläche Sichern auf Ihrem Armstück. Nun sollten Sie hören, wie sich der Kampfanzug selbst versiegelt. Fünftens, der Kampfanzug wird nun mit dem Druckausgleich beginnen und dazu auf den Sauerstofftank zugreifen. Sechstens, sollte sich der Kampfanzug nicht selbst versiegeln, spannen Sie die Stoßdämpfer an und probieren Sie es erneut. Unternehmen Sie keinen Reparaturversuch, sollte es immer noch nicht funktionieren, sondern wenden Sie sich an die Wartungsabteilung. Anmerkung, die HKA sind äußerst schwer, was aber ausgeglichen wird. Tatsächlich werden Sie mehr Kraft haben, als Ihnen bewusst sein wird. Seien Sie vorsichtig! Es gelten die Regeln der Standardausbildung. Halten Sie nicht den Atem an, bleiben Sie nicht zu lange draußen, tauchen Sie nicht zu tief und tauchen Sie nicht mit defekter Ausrüstung. Ob er das alles merken kann. Wahrscheinlich eher nicht, aber okay. Ich denke, wir müssen dann mal. Daher muss man einen anderen Weg sein. Wie glauben Sie, dass Sie das gemacht haben? Wie haben die Team den Atem nach dem Abyss gemacht? Wenn sie nicht den Dunbad benutzen, wäre es nur den Climber in Omicron. Es ist wie ein Elevator, welches sich all den Abyss nach dem Abyss auf dem Abyss. Okay, also machen wir das. Wir gehen nach Omicron und nehmen den Elevator. Ja, okay. Okay. Sure. Wir gehen nach Omicron und sehen, dass es ein Power Suit fit ist. So, dass Sie nicht in die Abyss geflogen werden. Hm. Das klingt gut. Okay, dann gehen wir. Wait. Was ist das Ort? Es gibt viele Informationen auf den Ark hier. Es gibt ein Prototypen und alles. Okay. Let's start es. Ich möchte sehen, wie es funktioniert. Vielleicht können wir herausfinden, wie wir auf den Ark haben. Das ist die richtige Einstellung. Das ist definitiv die richtige Einstellung. So. Gibt es jetzt irgendwelche neuen Sachen? Schalterhebel oder irgendwas, was ich benutzen kann? Hier ist kein Gerät angeschlossen. Was kann man denn hier anschließen? Systemspeicherfehler. Circa 43,75 Prozent. Das sind 896 Terabyte. Von so einer Festplatte träume ich. Des Speichers wurden beschädigt. Neue Konfiguration der Simulation ist erforderlich. Ähm. Hier kommen Wolken brauchen wir nicht. Laub brauchen wir nicht. Scheiß auf den Stuhl. Umweltverschmutzung ist Blödsinn. Ähm. Ähm. Ja gut, die Szene werden wir schon brauchen. Rigide, weich, fließend. Ähm. Ähm. Ja gut, die Szene werden wir schon brauchen, ne. Ja. Achso, warte mal. Ah. Okay. Aber so geht's nicht, ja. Wir brauchen fließend wegen der Sonne. Habe ich verstanden. Zimbeis ... Typ Soma ... Typ Licht ... Dynamisches Licht, dynamisches Licht, äh, so gefällt es ihm aber auch nicht, pass mal auf, wir machen erstmal alles aus, so und jetzt gucken wir, was brauchen wir denn auf jeden Fall? Das Ding brauchen wir auf jeden Fall, dann brauchen wir auf jeden Fall die Vegetation, und Atmo brauchen wir, und den Interface-Scan brauchen wir, dann, Mond, und für Mond brauchen wir dynamisches Licht, das brauchen wir für die Sonne aber auch, und die Mittagssonne braucht wesentlich mehr Platz als der Mond, gut, dynamisches Licht, haben wir das geklärt, dann brauchen wir Physik fließend, und wir brauchen Wasser, da hätten wir den See, 165, oder den Fluss, 172, so, und da kriegen wir ein Problem, so, wunderbar, 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 und wenn wir uns selber hochladen, na gut, dann halt diese Dummy-Geschichte, dann halt diese Dummy-Geschichte, so, wenn ich die Ressourcen reduziere, ja, tut mir leid, ich musste gerade, nach dem Mond kommt der Dummy-Geschichte, nach dem Mond kommt der Dummy, okay, so, na ist der Dummy, Entschuldigung, Entschuldigung? Das heißt so viel wie? Sind wir hier fertig? Ja doch, das hier hatte ich mir ja schon angeguckt. So, zeige ich ihr das alles auch noch mal. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier in diesem Raum machen können, was wir noch nicht gemacht haben, außer mit diesem Heilpott da interagieren. Wir hätten hier noch einen Stecker, können wir den hier irgendwo rein stöpseln? Hm. Was ist das Ding? Das ist nur ein Kompakt-Examiner. Kostar benutzt es, um die Struktural-Integrität und Payload-Frameworks zu beschäftigen. Of course. Könnt ihr das in die Struktural-Integrität sein? Wenn ich weiß, was du gemacht hast, wäre es viel einfacher zu verstehen, wie du dich auf den Arten hast. Ich versuche es. Da steht aber Radiation Hazard drauf. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Ein ganz, ganz mieses. Der wäre wo? Da. Oh, okay. Oh. 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 Okay. Ja, so eine Art Schleuse, wa? Ich bin übernervös. Kommt gleich wieder irgendwas. Da kommt doch gleich wieder irgendwas. Ich trau dem Frieden hier nicht. Da ist ein Systemfehler drauf, ok. Guck mal, da hinten tropft und rieft es doch schon aus dem Lüftungsschacht heraus. Da ist jemand totes. Brauchen wir den? Das brauche ich definitiv nicht. Ok, zumindest scheint uns das Ding nicht gehört zu haben. Das wird auch nicht ausreichen, aber das hier vielleicht. Hm. Oder vielleicht auch nicht. Läuft grad leicht unglücklich, ne? So. Haben wir hier irgendwas verschmeißen können? Und ja, den Kerl da nämlich auch gerade, wa? Ach du Scheiße, die lebt auch noch. Das ist äh... Gott ey. Oh Gott. Mehr kann ich dazu grad nicht sagen. Oh Gott. So, versuchen wir's damit nochmal. Ich hoffe mal, der weiß nicht, dass ich hier drin bin. Der weiß es. Ei. Arschloch. Dieses Arschloch. Da stehe ich eigentlich jedes Mal. Da dann wieder neu, wo ich gestorben bin. Wenn der Sack nicht blind ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich brauche auf jeden Fall einen Gegenstand, der ein bisschen schwerer ist. Ich hab noch keine Ahnung, wo ich den herkriegen soll. Und ich hab grad ein ganz schönes Problem. Ich versuch's einfach. Wie zur Hölle. Wie zur Hölle hat er... Huuuuum. Potz. Vielen Dank.